Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox, 16. Bundesligaspieltag, meine Tipps, wen habe ich bei mir auf dem Zettel, Mainz gegen Stuttgart 1-2 am Freitagabend, Bayern leisten Wiedergutmachung in Ingolstadt 3-0, Wolfsburg-Hamburger SV 1-1, Werder Bremen-Köln 1-0, Hoffenheim-Hannover 2-1, Darmstadt gegen Hertha 0-0 und das Topspiel Leverkusen gegen Gladbach habe ich 2-2, ich glaube da ein massig Tore, spannendes Spiel, deswegen 2-2 wäre eine coole Partie für einen Samstagabend, ich denke das wäre ein ganz geiles Spiel, interessant natürlich wie ihr das seht. Dann habe ich für Sonntag Augsburg gegen Schalke 0-2, Schalke konnte ja seine Spieler in Europa League schon, Augsburg nicht und trotz der Euphorie wird Augsburg da glaube ich keine Chance haben. Und im letzten Spiel habe ich Dortmund gegen Frankfurt, 3-1 für Dortmund. Ja, lasst mich mal wissen wie ihr die Tipps seht, welche Tipps ihr komplett anders habt wie ich, vor allem auch wie ihr das Topspiel zwischen Leverkusen und Gladbach seht. Ich denke das ist eine ganz interessante Partie auch was die Trainer angeht und ja, lasst mich mal eure Meilen dazu wissen. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt der Sportbox.